Jetzt sind wir am Pabst Palast. Da hinten scheint es ein Pabst Disco zu geben. Das ist der Papst Palast. Da ist auch ein Kongresszentrum drin. Und da hat der Papst gewohnt. Nett und gemütlich. Wenn ich dann nächsten Sommer beim Urlaub in Heidebad liege. Ja. Ich hoffe, dass mich die geilen Frauen anzupressen wird. Ja. 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 Ja.